Hallo und Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Stranded Deep. Ja, da habe ich noch kurz geboten, bis das eigentlich die Sonne aufgeht und dass ich nicht viel hungert. Beziehungsweise, dass ich mich wieder ein wenig hielen tue. Ich habe noch etwas dabei, aber ich werde ihn vertürschen. Und, ich möchte gleich mal eine, gleich mal ersäufen, gleich mal entschuldigen an den Kovadis. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgebrochen, dass ich jetzt erst später dazu aufkomme. Dazu komme ich bei der Aufnahme. War nicht so einfach und vor allem wollte ich erst mal wissen, ob es wirklich noch größere Insel gibt. Aber wenn es jetzt eine ganz geschickte Insel ist, Dann baue ich nämlich da die neue Base. Und natürlich, am ersten paar, drei Steine. Irgendwo war doch ein Stoff. Jetzt habe ich aber nicht gekült, aber die muss ich. Halt mir gar nicht. Noch mal drei Steine. Dann haben wir mal so eine Halme um. Die macht nervös jetzt. Das muss jetzt natürlich nicht sein. Ist der Kokos noch selber dabei gewesen? Na. Jetzt darf ich den Musi auskommen. Wichtig. Ich tue doch nichts, wenn es mir nichts tut. Wo bist denn du? Oh Gott, die Muse. Stecker brauchen wir jetzt auch nicht. Oder guck, was noch brauchen wir noch. Oh Gott, was war denn das jetzt so für eine Muse? Wo ist es? So bleiben. Ja, wohl. Und einmal noch ein Seil. Braucht mir noch ein bisschen was. Da wollte er auch nicht kriegen. Oh, das ist ein D. Und das ist ein Dicksturm. Oh, gross. Oh. Hey, wie ist Wein? Bin ich meine, wie ist Wein? Was brauchen wir noch? Ein Strick. Das müssen wir auch noch trinken. Dann war das ein Verbrauchsgegenstand. Scheiße, die... Brauchen wir... Brauchen wir es eh nicht. Und wo ist doch da eine Klinge? Ich bin gespannt, ob wir es noch rechtzeitig schaffen, bevor ich wieder draufgehe. Okay. So. Verbrauch. Herstellen. Und dann brauche ich noch mal einen Strick. Ich höre es doch auf, was jetzt Zlinge sind. Ich eile doch eh schon. Ich eile doch eh schon. Was ist die stille? Ich gehe mir doch eh. Jetzt ist die stille. Und dort hängt mein Fleisch, das sich wahrscheinlich eher schon verbrennt. Wie kocht das Fleisch? Was bringt das jetzt? Nein, das haben wir noch nicht. Das war ein Job drum. Das war ein Job drum. Bekocht. Fleisch groß. Machen wir dann... Das Riesenteil. Das Riesenteil. Und dahinter ist ja die Sonne aufgegangen. Da möchte ich über den Steuern. Ein richtig schönes Plateau. Anfangen wir zum Bauen. Einfach mit der Schale schnell mal hinterherzogen. Die eigentlich ja schon. Na, die haben wir auch noch nicht. Garstig. Hm. Hey. Das war aber auch. Coole. Coole Flick. Durscht. 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 Wenn wir jetzt da... Da ist noch eine. Die schnappen wir. Die schnappen wir. Da haben wir halt zwei so Dinge hinterher. Durscht. Oh, mal ein bisschen, hast du schon ein Ding gemacht? Die haben wir noch nicht hinterher, das ist eh ganz gut ausschaut, aber ich muss ihn halt in den Schatten. Dann hauen wir gleich mal den Schatten weg, muss man unbedingt mal wieder ganz healen. Komm mal den Schatten weg, geht's schon wieder? Jawohl. Gesund. Achso, weil ich gesund bin. Ah, okay. Das bleibt mir, wenn es ein Plus ist. Wie wird denn das in den Spiel sein? Wenn man über einen Baumstumpf baut. Und wenn man sich dann wieder einloggt, beziehungsweise erst ausloggt und dann wieder einloggt, ist auch da der Baum durch Seisel durchgewachsen. Das ist auch nicht schlecht. Da wachsen wirklich die Setzlinge. Das muss man herausfinden können, wenn man was baut. Gut. Muss man das gut? Gut. 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 ist das, wenn ich auf die Zeit schaue, wenn ich Langenrot wieder aufnehme. Aber momentan, der Hector, der dreht am Roll. Der hat jetzt schon 4 Let's Place am Laufen. Und ich tue mir spät, dass ich das aufnehme, wenn man keine Zeit findet. Wer braucht unbedingt ein Hobby? Aber einerseits hat eh ein super Hobby, das Gaming. Endlich stürmen sie mal wieder. Alter! Nicht vom Blitz drauf verwenden. Nein, war nicht gut. Hätte wahrscheinlich jetzt gar nicht so viele Trinken gebraucht können. Ah, da haben wir. Und ich habe mal ein paar. Mal, die hätte mir umgeschlagen. Wenn es dann noch mal ein wenig ruhiger ist und mir die Grundversorgung ein wenig kommt, ich suche es dort runter. Bleib! Da liegt er wieder noch rauf und diesmal bleibt es liegen. Brav! Steine kloppen. Da bau ich es her. Wahrscheinlich nicht wieder so einen Bau haben wir noch gekauft. Genau, Robert, kaufen du es noch. Bauern. Also für Fundamente braucht man eigentlich, muss ich den noch auseinander, auseinanschlungen. Oh nein! Jetzt war ich wieder so intelligent und habe meinen Hooker weggeworfen. Oder war ich kaputt? Oh ja, wollen wir wieder rein. Ich möchte wetten, wenn ich es nicht mehr brauche, da fahre ich drüber. Da will ich wetten. So. Braucht man zwei davon. Braucht man zwei. Und ein Seil. Na, wo ist denn sonst? Ja, was ist ein Seil? Also ich glaube, das Seile generell, das ist ein wenig so ein Endgegner bei dem Spiel. Da kann man ganz gut feststellen. Hier. Und ein Seil. Und grobe Axt, grober Speer. Gibt nicht noch eine tiefe, feinete Axt. Ah, da brauchen wir, da müssen wir aber erst noch alles noch bauen. Dann hauen wir alles einmal zusammen. Dann hauen wir alles einmal zusammen. Und vor allem in den Kommentaren habe ich es auch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr von wen, entschuldige, mit dem Trockengestell, das werden wir dann auch schon langsam einmal in den Angriff nehmen. Lkw-Fahrrad, nehm, nehm, soo, jetzt haben wir dann alles sehen, ich stehe jetzt hier drauf, ich habe es gesehen, jetzt habe ich es wirklich runterge... da habe ich es selber runtergeworfen, denke ich. Obst! Oh, schöner Sonnenuntergang. Zwei, drei. Ja, jetzt wächst einer. Da schlage ich nicht mehr umeinander. Warum wechselst du auf das einfach nicht auf das Ding? So weit ist, muss ich erst ober die Achse wegwerfen. Und Achse nehmen. Jo. Ich glaube, ich habe sogar noch ein zweites Licht mitnehmen. Das Feuer habe ich natürlich auch nicht ausgemacht. Holz leer. Was ist denn da? Dann ist das leer. Und da ist leer. Und da ist leer. Was ist denn da? ein paar Stöcker sammeln. Und wir sehen uns dann in der Früh wieder. Servus!